Er kämpft aus der blauen Ecke, er trägt hier weisse Hose mit einem schwarzen Bund, ist 1,72 Meter gross und 63 Kilogramm schwer. Er kommt zu uns mit 9 Sieg, einer davon durchgekommen gegenüber einer Niederlage. Er repräsentiert das Vingtai Gym, Bucks, Kuntus, Bucks, Dino, Top-Heads! Gegen den roten Ecken, er trägt hier rote Hose mit dem schwarzen Bund, er ist 1,70 Meter gross und ebenfalls 63 Kilogramm schwer. Er ist umgeschlagen in 7 Kämpfe, aus München begrüssen Sie bei mir, Flamur Rötschal! Geheim! 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 Zweite. Kein. Fein. Oh Wir kommen direkt an. Bravo! Glück, Glück, Glück! Ganz fertig. Fyöğür. 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 Das war's für heute. Wir sind hier. Wir sind direkt. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann! Vielen Dank. 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 ... 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